Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal, wie ihr eurer Field of You in Kauf, die die Ghosts ändern könnt. Dazu benutzt ihr den Field of You Channel von AgentRef, der wurde heute offiziell von einer Mitarbeiterin bei Activision oder Infinity Ward, weiß nicht mehr ganz genau, bestätigt, dass der nicht gebannt wird. Und ja, dazu geht erstmal auf diese Internetseite. Ich stelle den Link auch noch in die Beschreibung zu der Field of You Channel aus. Hier sind auch mal nochmal die Screenshots von der Twitter-Page, wo geschrieben wird, dass der nicht gebannt wird. Ähm, ja, dann klickt ihr hier auf diesen Schriftzug, ins Laden würde, okay. Dann gelangt ihr auf diese Download-Seite, klickt ihr hier auf, wohl hier, oder hier, klickt ihr hier hinten auf Download und dann lädt das runter. Dann haltet ihr einfach eine Raddatei, die öffnet ihr und entpackt diese, äh, packt die Field of You Channel Exe einfach auf eurem Bildschirm. Auf einen Desktop halt. Ähm, ja, das nächste, was ihr machen müsst, ihr öffnet die einfach, klickt auf Ausführen. Ja, und da könnt ihr gleich schon auswählen, entweder Singleplayer oder Multiplayer. Ich habe bis jetzt nur eine Multiplayer-Field of You geändert. Ähm, da könnt ihr halt auswählen, was zwischen 65 und 90 ist, glaube ich, das höchste. Ähm, ich habe gehört, alles, was über 80 ist, kriegt ihr Animationsfehler, habe ich selbst nicht ausgewählt, aber ich habe es einfach auf 80 gelassen. Das sieht auch da mit rechten Ordnung aus. Dann gibt es hier noch die Hotkeys, womit ihr halt rein und rausnehmen könnt und halt auf das, auf die standardmäßigen 65 zurücksetzen. Ja, hier könnt ihr halt noch die Hotkeys deaktivieren, den Sound, der kommt halt am Anfang des Spiels, wenn ihr hier über das Spiel startet, der, damit ihr, damit ihr, damit wird schon gezeigt, dass der Field of You Channel mit integriert ist. Und hier anzeigen, wenn Updates verfügbar sind, habe ich einfach Haken drin gelassen. Ja, okay, dann müsst ihr jetzt eigentlich nur noch über den Field of You Channel das Spiel starten. Das mache ich mal. Und da sind wir auch schon in-game. Ich glaube, das Piepen habt ihr jetzt nicht gehört, weil ich gerade von Desktop auf Gameaufnahmen gewechselt habe. Ja, jetzt geht eigentlich ganz normal vor. Ihr geht auf Online-Spielen. Boah, lag. Dann, ich demonstriere das Ganze mal jetzt im privaten Spiel. Und ja, ich habe auch schon früher probiert, live aufzunehmen. Ich wollte auch mal einen Kommentar machen, was mir bei Ghost gefällt oder was nicht, was ich davon halte. Das hat aber vor ein paar Tagen noch nicht klappt, weil es ultra gelegt hat. Ich hatte auch so FPS-Drops und es war da halt noch ziemlich unmöglich. Und ja, in den nächsten paar Tagen wollte ich dann auch einen Live-Kommentar machen, wie ihm mit Ghost gefällt, was ich davon halte, was ich schreibe. Und ja, ich habe jetzt erstmal einen View-Changer. Ja, jetzt muss ich mich zu beweisen. Ist ja eine richtig klasse. Und ihr seht auch schon gleich, dass ihr weiter von der Waffe weg seid. Ihr seht ein Stück weit mehr von der Umgebung. Das liegt halt daran, dass ihr einen größeren Blickwinkel habt. Weil wir jetzt in dem Fall 80 anstatt 65. Ja, was ist dann gut? Es sieht einfach besser aus, finde ich persönlich. Ihr habt das Gefühl, dass ihr euch schneller bewegt. Kann ich jetzt mal zeigen. Also wenn ihr rennt, das sieht einfach schneller aus, als wenn ihr 65 gehabt. Und ja, es gibt auch Leute, die an Gaming-Sickness leiden. Denen wird übel oder kriegen Kopfschmerzen beim Blickwinkel unter 80 Grad. Für die ist das auch sehr praktisch, wenn die ihr viel dafür ändern können. Und ja, das ist eigentlich alles. Vielleicht seht ihr die Gegner noch eine Millisekunde früher, aber ein großer Vorteil ist es jetzt auch nicht. Jo, das war eigentlich alles, was ich zeigen wollte. Und in den nächsten paar Tagen kommt es, wenn es funktioniert, noch ein Commentary, was ich über Ghost halte und was ich gut finde und so ein Zeug halt. Und bis dahin, ciao!